moin moin meine lieben herzlich willkommen mal wieder auf dennis gaming experience und ja das neue command and conquer remaster collection ist ja draußen und ja ich würde sagen wir gucken einfach mal rein möchte ich meinen schauen wir doch mal hoffnung dass wir jetzt nicht die ohren weg platzen es handelt sich also um red arlet war der zweite teil und das ist der erste ja wir gucken mal schon lange kein seh und seh mehr gezockt lange her runtergeladen wurde installiert gucken wir mal ja okay direct x 11 api ja meinetwegen ist ja ganz nett soweit das weiterklicken okay Okay. Hm. Yo, bam. Wow. Thousand years. female sensor Pisa leiser bitte, die ganze. Vielen Dank. Wäre natürlich interessant. 74 FPS, ne? Kommt das durch den Afterburner oder hat das ein Limit drin? Das interessiert mich jetzt gleich mal direkt von vornherein. Schauen wir mal. Oder vom Grafikkartentimer, das habe ich jetzt natürlich vergessen. Das ist die Frage der Fragen. Dann wollen wir uns das ja auch gleich technisch mal angucken, was da so los ist. Offenbar hat das Spiel, wenn ich das so richtig sehe, einfach gar kein FPS Limit und es rechnet immer Vollgas, aber wir werden sehen. Vielleicht ist es auch bei einer bestimmten Frames Per Second limitiert. Wie zum Beispiel Doom 2016 bei, ich meine 200 FPS war es nun, haben sie es begrenzt. Ich habe hier meinen Freezing Monitor, der von 30 bis 75 synchronisiert und ja, das ist natürlich verschwendeter Strom hier. Das ist natürlich blöd. Also, Oldschool Methode. Methode. Fuck. Das wäre sonst, äh, ja. Ist auf jeden Fall dessen hinsichtlich schon mal verbesserungswürdig. Muss man ganz klar sagen. Ja, ein Tab geht auch nicht so wirklich, aber doch. Ja, mag das Spiel nicht. Das ist blöd. Wuff, einfach mal abschießen. Ja, das ist natürlich bescheuert, ne? Ja, und eine Karte wahrscheinlich, ne? Ich musste mir das im Übrigen nicht kaufen, weil ich schon irgendwelche C&C-Teile habe, wodurch ich das dann als Remaster hier kostenlos bekomme. Ist einfach mal eben drin in meiner Bibliothek. Falls das nicht irgendwie allgemein eh kostenlos zu, ne? Free to Play ist. Glaube ich aber nicht. Hm, original. Sollte ein gutes Remaster ja haben, ne? Steuerungsoption lasse ich mal so, weil ich habe die alten erste, zweite Teile nie so richtig gespielt. Daher lassen wir das mal so stehen. Der Anschlag auf die Getreidebörse in Wien ist das 17. Bombenattentat in vier Wochen, das den Terroristen von Nord angelastet wird. Oh, kommt bis zu uns ab der Fakte, ne? Ist halt alt, ne? Die neuen Tiberium-Schürftechniken der Bruderschaft von Nord Die Tiberium-Vorräte der Bruderschaft von Nord belaufen sich jetzt fast auf die Hälfte aller weltweit bekannten Vorkommen. Dadurch gewinnt diese fanatische Terroristengruppe einen gewaltigen Einfluss an der Londoner Goldbörse. Und jetzt weiter mit Lokal-Nachrichten von Untertitel ist ein bisschen übertrieben, ne? Ging beim zweiten Weltgipfel zu den wirtschaftlichen Konsequenzen von Tiberium in Hongkong allen Reportern aus dem Weg. Man erwartet, dass Möbius hier Angriffe von wissenschaftlicher Seite zurückkriegen. Während die GDI-Truppen zu einem weiteren Angriff auf Nordstellungen ausrücken, hält die freie Welt den Atem an. Das war Greg Baudet, DNN, irgendwo im Mittelmeer. Ähm, freien Sie mich. Deaktivieren Sie Ihre Verteidigungswahl. Ja, die Gelben waren die Guten, die Roten waren die Bösen, ne? So habe ich das in Erinnerung. GDI wurde ausgewählt. Empfangen Sie mich. Gut. Ich weiß, Sie brauchen mehr Informationen, aber die Zeit ist knapp. Nordtruppen haben diesen Brückenkopf bei X16 und Y42 ausgebaut. Das Datenmaterial kommt gerade erst herein, aber wir haben schon eine... Ja, komm, ich drück die Videosequenz mal weg, weil das frisst uns hier sonst jede Menge Zeit. Wir haben schon genug vertrödelt. Wir wollen das Spiel ja sehen. Äh, ja. Verstärkungen sind eingetroffen. Alter Schwede. Also man hat die Grafik des Spiels jetzt nicht... ...auf so einen Tötenfilter aufgeschrieben. Aha. Ja. Äh, okay. Sieht ja mega aus, ne? Aha. Verstärkungen sind eingetroffen. Dann haben wir Grafik, ja? Ja, okay. Oh. Was aber macht das hier mit dem Falsch? Das ist klar. Verstehe. Verstärkungen sind eingetroffen. Man könnte die Scrollgeschwindigkeit noch ein bisschen runterstellen. Das ist ein bisschen krass, ne? Ja. Mann, ach so. Krass schnell. Ja, das gefällt mir doch schon besser. So. Kann ich hier mal den Bauter auslegen? Ja, Mann! mit dem kann ich nicht anfangen der älteste teil den ich wirklich richtig krass gesuchtet habe müsste der dritte teil gewesen sein das war tiberian sun oder auch der tiberium konflikt wahrscheinlich das ding kann auffahren ich muss damit wahrscheinlich eine station errichten wahrscheinlich original grafik und ein bisschen auf auflösung zurecht skaliert oder so und dann mit leertaste einmal das ist wirklich schick da kann man jetzt doch nicht meckern breche auf breche auf ja breche auf das war schon ein paar tage länger her mit dem friends ocean shipping company erreicht ach das war schon und gleich eine erungenschaft jawohl ist ja nett ob man sie x16 und so weiter ja schicke sache dass gefällt mir ich würde mal sagen da das hier gerade passt da ich diese spiele halt original habe und entsprechende retro kisten habe und die auch capturen kann mit einem adapter dann rechter dvi ausgang haben mit digital ausgang für die capture karte würde ich sagen vergleichen wir das dann mal in einem nächsten video irgendwann demnächst mal mit den alten original titel zeitgenössisch auf und so bis zum nächsten video macht's gut oder besser zeitgleichen wir das dann schon und so